Ja, dann müsstest du Shadowrunner, du müsstest mir auch gleich hochhelfen. Bevor er runterspringt. Ich bin leider schon unten. Dominator, bist du schon unten? Ja, ja, ich bin als erster runtergeflogen und hab den Tank ausgewirft. Äh, Xander, Achtung hinter dir! Vorsicht, Feuer! Ja, danke. Jetzt wird mir ja ganz warm ums Herz. Für Orange, du musst das Loch runterspringen. Ach! Neben der Treppe, genau. Aber Feuer. Ihr seht gar nicht mehr so frisch aus. Nee. Ich nehm erstmal ne Spritze. Und Shadowrunner, bleib du mal eben stehen. Stopp, stopp! Ne Spritze hab ich mir grad auch reingehauen. Ja. Brauchst du jetzt nicht mehr. Da hinten kommt ein Charger, Achtung! Er hat aber diesmal nen zu weiten Weg, da kann sogar ich reagieren mit 5 Sekunden Reaktionszeit. Ah, da vorn ist ein Schiff, das heißt wir kommen auch langsam zur Küste. Deswegen heißt das Kapsel wahrscheinlich Coastline. Ja. Oh, hier können wir gleich Sandburgen bauen. Sieht ein bisschen künstlich aus, ne? Ja. Ich bräuchte mal Munition oder ne neue Piffpuff. Geh auf Ebay. Zerstören sie die Barrikade. Ähm, ich glaub da kommt gleich noch einiges, wenn wir das machen. Ähm, wer hat drauf geschaffen? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich? Da stand, mach! Hier ist Munition. Hier ist Munition. Hier ist Munition. Ah, Muni 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 Muni. Und Waffen. Achtung. Ich muss mich nur eben noch verarzen. Sorry. Sonst bin ich tot. Achtung, ich werfe mal dort wo wir hergekommen sind. Moldi hier in Achtung. Vermutlich wird die Barrikade jetzt 10 Stunden brennen müssen, bevor die auf geht. Nein, ich hab nicht auf dich geschossen, ich hab dich machetet. Der Weg ist frei. Oh, schön. Die Brücke muss ganz nah sein. Ja, ich kann sie sogar auch schon sehen. Meine Fresse, wir sind ein beschissener Schätze. Witch oder was? Nee, nee. Äh, die Brücke ist ganz nah. Ah, okay. Okay, wir verlassen die Brücke. Aber die Brücke ist kaputt. Ja. Guckst du mal am Horizont. Ja. Die Flock? Witch? Und hier liegt noch ein Molly. Ja. Okay, und die Witch steht hinten genau. Die steht da hinten, ja. Ja. Könnten wir aber rechts dran vorbeikommen. Ja. Oh, shit. Sehr schön. Kommt hier in die Ecke. Das ist am besten zu verteidigen. Hunter auf mir. Danke. Ich habe ihn. Oh, Kinder, die von euch spielten ja immer ein bisschen teuer so rum. Diesmal war ich's. Ich wollte einen Weg zu uns versperren, was ich auch geschafft habe. Oder wolltest du uns grillen für die Witch? Das kommt später. Okay, geht hinten nicht um die Ecke, die Witch kommt zu uns. Erstmal weitergehen. Schnell weitergehen. Hier erstmal ein paar Meter weg. Oh. Puh. Wie ich gesagt habe, ein paar Meter weg. Ja. Das war im ersten Teil deutlich einfacher, wo die einfach auf dem Boden gehockt haben. Da drin sind irgendwelche Wachen. Und Teddys. Äh, warte, warte. Ich werde hier gezungelt. Ja, ich lade nach. In diesem großen Ding ist Medikit. Ah, Charger. Hat mich. Wie immer. Äh, Xander? Ja? Komm mal raus. Warum? Da. Schau mich mal an. Ich bin hinter dir. Da hinten. Wo ich hinschieße. Da ist Medikit. Verarste dich. Yay. Ah, sonst scheint hier aber nichts drin zu sein. Ja, das ist einfach um die Ecke zu kommen. Also um den Zaun zu entgeben. Ja. Kommt ihr beiden Süßen? Ich bin auf dem Weg. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Da hinten ist ein Valve in Flülden und ein kleiner Reiter. Achtung Achtung, Achtung, Achtung Hier drin ist ein Alarm gesicherte Tür Und wer erfreut Ah, da steht, wir müssen dann rennen, wenn es passiert Ich will mal kurz an der Wache nachladen Ja, Dominik, also Shadowrunner, ich habe dir nochmal links gegeben Ja, hat er auch automatisch in die Hand genommen und ich habe sie sofort angeschmissen Bereit? Nö Moment, Moment Shadow, Achtung Achso, ja, okay, dann lass Bereit? Ja, und dann einfach rennen Shadowrunner Was für ein Shadowrunner Oh, fuck Boomer So, schnell rein Oh, oh, oh Ähm, mich hat es runtergezogen Läuft weiter Läuft weiter Läuft weiter Ich bin tot Ist egal Ah, shit, okay Dominator, schaffst du es? Äh, ich hoffe doch Ah, Leute, lasst mich, ihr Mistviecher Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Äh, ja Nein, ich werde gezüngelt Okay, Ende im Gelände Und da ist eine kleine Horde Kommt rein und macht zu Okay, Shadowrunner Ich bin sonst gemütlich Ui, die meisten Infizierten getötet Mhm Wie viele Runden gibt es? Fünf Stück oder wie? Fünf? Ja, das ist eine Menge Also, es ist ja manchmal von Map zu Map Ist es ja immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Es gibt auch welche, da hast du ja nicht so viele Keine Ahnung Hey, aber Lander-Wertschirm ist schon vorbei Ah, da bin ich Äh, Verbindungsabbruch Jetzt wieder drin Gut, 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 gut Wunderbar Ähm Ja, die Waffe gefällt mir ja eigentlich So, Medipack nehme ich noch nicht Aber da liegt noch eins, ne? Sender, das solltest du gleich noch mitnehmen Warte, wo? Hier Hier Guck, wie rote Paket Yay Paket Okay, und die Tür ist offen Also, los geht's Da vorne warten schon welche Oh, Dominalfa macht das sogar richtig, wie es dich gehört Geht in die Hocke vorne Mhm, einmal pütteln Äh, okay Ich komm dann von hinten, wenn du dich gewirkt hast, ne? Nee, 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 einfach okay Ich hab auch, äh Pillen, hab ich Okay, du hast's genommen Ich, äh, Jockey, hör ich Ja, auf mir Jetzt vor Geht auch noch mein Magazin in dem Moment leer Ich hör ne Witch, glaub ich Mhm Und Boomer, weg Aber wir hören irgendwie so ziemlich alles hier Ja, ein Züngler war da oben auch noch Geht's hier vielleicht auch hoch? Äh, ich glaub wir müssen Ich glaub wir müssen nach unten, oder? Ich Ich Die Pfeile sagen nach oben Ja Echt? Okay, dann Ja, ja, die Pfeile waren nach oben Dann gehen wir nach oben Dann gehen wir nach oben Äh, du hast die Witch aufgeschreckt Sander hat die Witch aufgeschreckt Wo ist denn der Sander? Äh, das ist hier die nette Dame mit den roten Augen Die Tote Ich helf den Sander hoch Ich deck von hinten Äh Ich will aber nicht von hinten gedeckt werden Tja, sonst bespät Können wir weiter? Ja, total Oh, schade Unser Hubschrauber ist glaub ich kaputt Ja, also mit dem Ja, also mit dem möchte ich nicht mehr unbedingt fliegen Ach komm, das geht noch Ach komm, ein bisschen Ducktape und das geht Ja Äh, Sander, ich glaub du solltest gleich schon mal eben dein Medikit nehmen Weil, ähm, allein dadurch dass du so rot bist, äh, müssen wir sonst Hängst du sonst auf jeden Fall hinterher Hier ist ein Snipen Hier ist ein Auf-Fahrzug Äh, ein Auf-Zahr-Fahrzug Äh, ein Auf-Zahr-Fahrzug Ein Auf-Zug Ich heil mich kurz, bitte deckt mich mal jemand Ähm, kommt doch einfach eben in den Auf-Zug bevor ihr euch heilt Ja, bis spät Weil, da fahren wir eh Alle rein, 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 alle rein Ich will raus, ich will raus Oh, es geht nach oben Oh Gott, es geht hoch, nein Oh, verdammt Ist das die Golden Gate? Ja, ne? Oh, schön Da haben sie sich aber echt Mühe gegeben, muss man sagen Für die Map Doch, sieht schon gut aus, ne? Okay Ja, und wahrscheinlich müssen wir nachher über ein ganzes Seil rüber gelaufen und dann kommt der Tank Oh Gott, Incoming von unten Ja, von unten wär ja egal Aber die kommen ja momentan nicht wirklich an uns ran, oder? Äh, wer weiß, vielleicht können sie ja fliegen Vogelkrippe und so, ne? Das wär ne neue Zombie Art Ja, Vogelkrippe Äh, Flappy Birds heißen die Da oben ist ein Smoker Oh, ich hab wohl anscheinend meinen Katana verloren Äh, Charcer? Weg Weg Okay, war mal Rechts Vorher Links Splitter Splitter ist tot Raus aus... Ach, Schatz Hab zu lange gebraucht, um aus der Kuh rauszukommen Tito Ich hab mich grad geheilt Peinliche Wache Danke, ich schuld dir rein Lade nach Hier sind Waffen Hier ist ein Medikit Oh, 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 oh Ja, ich hol's, ich will's Ah Hier sind Sturmgewehre M16 Hier drüben Ja Ja, heil dich erstmal schnell Und dann geht's direkt weiter Wir haben auch keine Zeit Ich glaub, wir sind nach da hinten Ja Oh, ja, das geht durch und durch So Sniper Würde sagen, einfach mal durch, ne? Ja Okay, hier ist... Zombies Leder Ja, und der eben angekündigte schmale Übergang Jockey Deckst mal jemand von hinten? Oder halt, äh, den Incoming von hinten? Na, super Dann würde ich sagen, weiter geht's Ich hab, glaub ich, nen Charger gehört Ah Ich hör's, vierten Oh, ein Flugzeug Fender, kommst du? Hier ist irgendwo ein Boomer Ja, da hinten dran, ich hab ihn grad gesehen Äh, Tank, 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 Tank Äh, Tank, Tank, Tank Wir sterben jetzt, der Tank Ist der runtergefallen? Nein, leider nicht Boah, ich bin fast runtergefallen Ich glaub Der Tank ist für mich nicht mehr in sich weiter Fender ist runtergefallen Ich hab ihn erschossen mit der Pertole Ja, der Tank hat mich runtergeschmissen Ist der Tank noch da, oder? Nein, ich hab ihn mit der Pertole gemacht Moment, ich, äh, deck mich mal bitte Ja, und helf mir mal eben hoch Moment, ich guck Boomer Moment Ah, hilf mir Ich hab mal geguckt, dass von vorn nix kommt Ah, okay Ich hab ja gesehen gehabt, dass du nach hinten bist Entschuldigung Ich dachte, du warst ein Zombie Sorry Okay Und weiter Mal schauen ob er in Xander Ich glaube Ja, das ist die Frage Wenn der Saferaum hinter der Brücke kommt Dann Hier sind Medipacks Zwei Stück Wir sind doch gerade die Flugzeuge durch die Brücke geflogen, oder? Ich wäre sehr, äh, erfreut über Hilfe Ich hab nämlich fast keine Muni mehr Was machst du denn damit immer? Ja, willst du gar nicht wissen? Ja, das kann man ja gar nicht nehmen Doch, ich hab's Ich drück die E-Taste kaputt, oder fast kaputt Achtung Genau Und ich kann drücken Ich glaub, hier müssen wir nach unten Oh Oh, verdammt Schnell, und schnell Schnell rüber Jump and Run Und weiter Oh, verdammt Ich schuf mich nicht rutsch, ey Ich hab's geschafft Ja, bin auch fast da Aber ihr müsst kommen Und weil's das nen Spaß gemacht Nee, hier können wir außen rum Nein Scheiß zur Not auf die Zombies, die hinter uns sind Ja, wenn, würde ich aber festhalten Äh, auf mir Ist okay Hilfe, Hilfe Ich komme Erscheinen würde reichen Und schießen Äh, Charter Boomer Boomer hat mich erwischt Keine Muni mehr Tito Ja, Muni ist bei mir nicht das Problem, weil ich ja Pistolen hab Ja, die hab ich auch noch Aber so halt für die Dann hast du doch noch Muni Ja, ich meinte halt für meine schöne Fürs Gewehr Hier ist Mun 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 Muni Ja Hitman hat die falsche Waffe Äh Schade, ich hatte gehofft, dass eventuell hier sozusagen so ein Raum ist, aus dem wir den Sender rausholen können Wäre schön Wartungsraum, ne Ja Aber scheint nicht so Ihr seht alle nicht gut aus Ja, ja Ja, ich hab noch Ich und der Shadowrunner, wir haben beide noch einen Medikit Und ich bin auch überlegen, dass sehr bald eventuell sonst Nach der Zombiegruppe würde ich meins wahrscheinlich einfach mal nehmen Nimm erstmal Pillen Das bringt mich auch schon mal ein bisschen weiter Äh, müssen wir hier runter? Schau Ich hab keine Ahnung Ich würde hier eine Weite runter gehen, da ist nämlich so ein Loch Ja, das sieht so aus, als könnten wir da Ich hab echt Angst, dass da ein Char-Char gleich kommt Ach Und plötzlich ins Loch fallen Oh ja Gucken, dass von hinten nix kommt Das ist wie so eine Rutsche im Vergnücungswein Ich würde hier jetzt links rüberkommen Hunter Okay, der Hunter ist erstmal an uns vorbeigesprungen Ja, der hat vermutlich auch ein paar Orientierungsschwierigkeiten hier Da vorne ist ein Gabelstapler Den wir starten müssen und dann kommt ne Horde Oh Gott, dann müssen wir irgendwie Ja, der wird entweder gehoben oder geschoben oder Moment noch nicht Äh, erstmal das Incoming bewegen Ja Wir formen uns sonst gleich aber auch zumindest noch mal neue Waffen Neue Waffe werde ich vielleicht eilen Naja, nicht wirklich Moni gab's hier aber nicht, ne? Ne